Ist das real? Hey, der Rechner geht zu schnell kaputt, seitdem Chris ihn selbst repariert. Hey. Wir haben diese Konsole nicht, also können wir es nicht machen, aber wir kriegen halt 270, leider können wir, leider können wir nicht, ne. Ist nun mal so. Die Zeit kann man nicht vorspulen, oder? Aber wie weit ist der Kurs? Halb fertig. Ja, hier, der Typ macht das die ganze Zeit kaputt. Da geht nämlich der Rechner kaputt, ohne dass man den nutzt, Alter. Voll auf den Sack. Hau ab da. Braucht auf jeden Fall einen schnelleren. Bam, badam, bam, badam, bam, 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 okay, wir unterbrechen den Kurs mal kurz. Wir haben nur einen Punkt erhalten, den gebe ich aber tatsächlich auf Sprachgebrauch. Hm, und, äh, als nächstes, dual, ich nehme ein ewiges Spiel, ich lade einen Freund ein und starte ein gemeinschaftliches Video. Geil, also ein Koop-Spiel, wenn dein Freund gut genug ist, wirst du viele Aufrufe bekommen. Review. Review will ich, review, review, ich brauche review. Aber Leute, ganz ehrlich, ähm, das mit dem Dings habe ich nicht verstanden. Ganz ehrlich, sage ich ganz ehrlich, mit dem Vlog. Ich weiß nicht, wie ich, äh, Vlogs machen kann. Ja, du hast Hunger. Gucken gleich. Ähm, ich will erstmal kurz gucken. 390 kostet das neue Gehäuse. Und 50 kostet, äh, die Tastatur. Wie sieht die denn aus? Crazy shit. Noch bessere Kopfhörer. Die Kopfhörer lassen wir erstmal. Die Frage ist, was, warum, was kann das Handy? Das will ich jetzt mal wissen. Wir haben eine Errungenschaft freigeschalten. Erler dich daran, das Strawberry, bla. Okay. So, wir müssen essen. Während du im Internet surfst, stößt du auf folgenden Link. Sieh dir an, wie die Person ihr Leben in 5 Sekunden ruiniert. Was glaubst du nie? Boah. Du klinkst es an. Und natürlich, dein Computer ist nur mit Viren infiziert. Ach, der ist eh kaputt. Aber das ist nicht so schlimm. Jo, du holst dich schon selber essen. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Wir essen nochmal einen Salat. Mhm, mhm. Ähm, dumm, 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 dumm. Wir trinken mal noch ein Wasser. Hm, mhm. Jo, fast wieder voll. Wir schlafen noch eine Runde und packen wir unser Papier aus vorher. Kannst du dir Freunde, YouTuber, auf ihrem Profil folgen? Und, ihr, mitte? Pimber das Haus. Es besteht kein Zweifel darin, das ist soziale... Wir haben soziale Netzwerke freigeschalten. Nice. Jetzt der Chat natürlich davor. An der Pinwand kannst du Posts von Leuten sehen, denen du folgst und ihre Meinung zu verschiedenen Themen herausfüllen. Manchmal gehen sie auch Tipps... Ist natürlich jetzt blöd, dass der Chat davor ist. Oh, richtig. Mit sozialen Medien kannst du kürzlich Video hochgraden fördern, um mehr Aufrufe zu bekommen. Beachte, die Video hochgraden Geld kostet. Falls es wieder schlecht ist, ist Promotion sinnlos. Ingrid, du bist fantastisch. Hier, der hat ein Video hochgeladen. Achso, da können wir immer nur sehen, was die so hochladen. Ist auf der Party ganz cool. Da kann man dann gucken, ob man sich mit jemandem über Dings unterhalten kann. Wir machen auf jeden Fall ein neues Video. Zeig mal, wie sieht der Rechner aus? Okay, wir machen ein neues Video. Wir brauchen Geld. Oh, das lässt auch schon wieder zu wünschen übrig. Gameplay starten. So, wir testen einfach mal eine Mod. Keine Ahnung, ob man das bei dem Spiel kann. Ist egal. Das kommt immer gut an. So, okay. Wir sollen was Lustiges machen. Natürlich eine coole Begrüßung. Yeah. Dann machen wir natürlich einen philosophischen. Der kostet mal wieder 9. Das ist voll für den Arsch, weil der einfach viel zu teuer ist. Dann sollen wir einen bösen Blick machen. Das Spiel hängt sich auf. Machen wir natürlich. Zusammenfassung des Spiels. Sarkastisch, unlustig. Wir machen sarkastisch. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Klügel. Und wir müssen den Rechner updaten. Das nützt alles nichts. Episches Spiel. Bäm, haben wir noch einen Pluspunkt bekommen. Sehr schön. Ja doch, das müsste noch reichen für den Abspann. Jawoll. Auch nochmal Pluspunkte. Das ist ein richtig gutes Video geworden. Da werden wir jetzt noch auf Sound, einmal Sound, Hintergrundmusik drunter legen. Dann, ähm... Achso, ich muss erst mal anfangen mit Schneiden. Da passt wieder alles vorne und hinten nicht. Ähm... Leider. Das Ding hätte ich auch mal verschieben müssen, dieses Folgen. Naja. Ähm... Mal gucken, was noch so gut passt eigentlich. Passt eigentlich nichts gut. Na, schlechte Runde auf jeden Fall. Wir hauen einfach alles hier rein. Nützt ja nichts. Ich gucke gerade mal, ob was anderes noch besser passt. Aber passt nichts besser. Hier passt es gut. Rechner ist schon wieder am klirren und knirschen und... Naja. Okay, dann machen wir noch Farbe zuordnen. Vielen Dank fürs Followen. Dank schön. Was? Killshare only luck? Kills are only luck. Ah, danke. Herzlich willkommen. Vielen Dank für den Follow. Ja, ich glaube, das ist so ganz gut. Guter Durchschnitt. Vom Video her, Ergebnis dürfte gut sein. Ja. Hellgrün ist, glaube ich, dass es sehr gut ist. Geil, wir haben schon ganz schön Skills in Videobearbeitung. Ja, ja, du bist müde. Aber irgendwann müssen wir halt den Kurs auch noch fertig machen. Denn wenn wir den Kurs nicht fertig machen, dann können wir den Computer nicht reparieren. Boah, wir haben wieder Abonnenten verloren, aber ganz schön viele. Ich würde jetzt gerne vorspulen. Jetzt müsste es eine Vorsprülfunktion geben. Jetzt spult's vor. Oh, ja, jetzt spult's vor, aber es ist nicht so schlimm. Natürlich bin ich unermüdlich. Okay, der Kurs ist fast fertig. Wir haben wieder Abonnenten dazu bekommen. Wieder 50.000. Und er macht den Rechner einfach wieder kaputt. Ich hasse den. Kann man den nicht rausschmeißen? Jedes Mal, wenn er ins Zimmer kommt, auf Wiedersehen sagen. Computerwiffel für Fachwissen? Ja. So, natürlich geht's normal weiter. Und wir reparieren den Computer. Reparieren, reparieren. Ey, warum macht das nicht? Achso, er hat wieder einen Typen. Der kommt wieder einen Typ und macht's ganz. Okay, wir müssen noch viel verarbeiten. Wir brauchen Miete, 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 Miete. Bewerben, Das Video. Bewerben, das Video. Essen ist natürlich eine Runde. Essen, glaub's, gleich nochmal. Und Sabi wieder am Nerven. Hottok essen wir. Und ein Sandwich Müssen wir bald wieder einkaufen Wir haben nichts mehr im Kühlschrank Schlafen dann ne Runde Ergebnis anzeigen Na, doch, aber hat richtig gute Likes bekommen Machen wir gleich das nächste Nein, ich möchte nicht ins Kino gehen Unsere Freundschaft ist vorbei Dass der Preis bei meinen Diggel Schleifen löst Jetzt brauchen wir schon wieder ein neues Game Ist nicht so einfach mit den Games Die werden ganz schön schnell alt Ist ja wie in real life Ruckzuck, äh, bist du raus Weil das Game einfach scheiße geworden ist Beziehungsweise einfach zu alt ist Kabum Weiter Okay, im Ladebildschirm machen wir natürlich eine coole Begrüßung Und damit hallo, herzlich willkommen So, im Ladebildschirm, äh, machen wir einen sinnlosen Kommentar Bäm, Pluspunkte Konstruktive Kritik ist erwünscht Du hast deine Aufgabe bewältigt So, dann machen wir einen lustigen Kommentar im Spielendro Kingen wir nämlich Pluspunkte Ähm, die Prinzessin wurde ein weiteres Mal entführt Ist ja wie bei Super Mario Dann machen wir natürlich, äh, lustige Kritik Ach, neun Ist das euer Ernst, Leute? Ich muss die mal rausnehmen, ey Neun braucht kein Mensch Die Punkte hat man gar nicht Vielen Dank fürs Follower, danke Lord Mokos Vielen Dank, herzlich willkommen Ähm Ja, finde ich irgendwie ein bisschen blöd Dass ich jetzt die neun nehmen soll Wir haben auch noch fünf Punkte übrig Ah, das ist ja immer noch der Abspann Doch, das passt Ich nehme alles zurück Abspann Pluspunkte Sehr schön Dann brauchen wir jetzt noch Interaktion Und Nachbearbeitung Aber erstmal puzzeln wir wieder eine Runde Zwei oben, sehr schön Eins unten Ähm Ah ja So, wir brauchen, wie gesagt, Interaktion Und wir brauchen Fokus Und hier war noch ein Titel Der dürfte auch gut sein Ja 884 ist das Ergebnis Kann sich sehen lassen Hochladen Hallöchen Chris Ich habe gehört, dass du gute Videos machst Ja Lass doch mal für den PC sein, Alter Warum mal Ich muss mir eine scheiß Konsole holen, Leute Unbedingt Ah Und das bedeutet Okay, wir können eh nicht So lange, wie wir rendern In dem wir arbeiten Das teuerste Bei Sabi geht alles kaputt Lese ich gerade im Chat Okay So Cool, Videos online Dann machen wir gleich ein neues Wir müssen aber nochmal schlafen Gut Einmal essen Wir sagen es mal nicht weiter Ich bin mal gespannt, was draus wird Und er macht wieder den Rechner kaputt Das ist unmöglich Das Essen fühlt sich aber echt ganz schön Langsam Aber jetzt ein Salat verschwenden ist halt auch für den Arsch Ne Sabi, wir wollen nicht quatschen So, okay Gameplay-Video mal Schnell Solange das Spiel noch nicht ganz abgerutscht ist 70% hat es noch Wir brauchen unbedingt ein neues Game Und endlich mal eine Konsole Leute, schreibt mir mal einen Titel für die Folge Los, haut's mal in den Chat Schnell, schnell, schnell Wir brauchen einen Titel, Leute Schreibt es mal in die Kommentare Es sind die kleinen Dinge Play Passion Vielen Dank für den Follow Herzlich Willkommen Was für eine Wende finde ich ganz gut Ghost Rush Ghost Rush Könnt ihr Komm, Ghost Rush Das zieht noch die Internationalen Vielen Dank Für den Titel So, dann gucken wir mal Wir haben 32 Punkte Eine coole Begrüßung Was geht, Leute? Okay, wir haben nichts Lustiges Also machen wir einen unlustigen Kommentar Eine konstruktive Getrick Als wir das versteckte Item gefunden haben Zeit bevor das Spiel startet Wütener Kommentar Wütener Kommentar ist schon krass Aber wir machen den Ernsten Wütener kostet mir einfach zu viel So, Spieltutorial Lustige Kritik Bam, Pluspunkt Geil Okay, jetzt haben wir nur noch das Dann machen wir hier Zuck it Zuck it Zuck it Zuck it Zuck it Ja, Abspann halt Abspann kriegen wir einen Pluspunkt Aber wir müssen mal Wir machen mal Übergang ins Schwarze Dann haben wir nämlich Sound noch ein bisschen hoch gepusht Push the Button So, ähm, no, I This, this, this Und dann hört es schon wieder auf Tüm, tüm Oha Aber kann man nicht besser machen Das geht nicht It doesn't work So, ähm Dankeschön Dankeschön Ähm, jetzt überlege ich kurz mal Wir brauchen noch was mit Sound Also nehmen wir uns den Oh, was? Mitten im Video geht der Rechner kaputt Guck mal, sie lacht, obwohl die Freundschaft beendet ist Habe ich was verpasst? Bist du denn crazy? Ach so, für 250 können wir den PC komplett ersetzen So wie er ist Jetzt verstehe ich's So, Video erstellen, fortsetzen Rechner ist wieder ganz Boah, jetzt muss ich nochmal puzzeln So, anders geht's nicht Haben wir gesagt, dann machen wir das Machen wir Sound Und drei Punkte bleiben übrig Ist egal, wir machen das Ja, er gibt es nicht ganz so cool Aber ich glaub, das Spiel ist einfach zu alt Hochladen Ähm, ganz kurz mal auf YouTube gucken Okay Bestes Video Okay, krass Äh, Videos Das letzte Guck mal, das letzte haben wir nicht beworben Und wir haben mehr eingenommen, als wir es beworben haben Okay Verrückt Dann gehen wir auf jeden Fall jetzt nochmal Kann natürlich auch noch einen Kurs machen Weil ich jetzt ein krass Der hier ist auch krass Dann wäre immer plus drei Stoppen aber mal und gehen ackern Äh, weil ich den PC aktuell nicht reparieren kann Warum auch immer Ich drücke immer hier auf Info Zack Und drück auf Reparieren Und trotzdem kommt der Mechaniker Ich hab keine Ahnung Warum das so ist Für 10 Stunden 50 Aber machen wir Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein neues Game Guck mal, ich hab da oben voll die Daumen runter Oder nein, ich möchte mich nicht unterhalten Wir spulen vor Sehen wir unten rechts an der Zeit übrigens Dass ich vorspule Ich verstehe jetzt schon Warum wir das Hashtag nicht machen können Weiß ich auch nicht Weil ich kann mir Text das sagen Ist das das Oben in der Liste steht Oder unten bei den letzten dreien Was genau meinst du? Oh ja, das hat wenig Das hat wenig bekommen Richtige Fahrstuhlmusik Auf jeden Aber die ist very, very relaxed Very chillig So, okay Wir machen mal den Kurs beenden Gehen schlafen Nach dem Schlafen gehen wir essen Wir müssen erstmal auch wieder Essen kaufen Boah, ein Hamburger macht richtig viel Essen dazu Spaghetti auch Spaghetti ist voll teuer Ich finde ja Salat Ist eigentlich ganz cool Aber Sandwich ist auch cool Das kotzt sogar noch weniger Kaufen Rewe liefer Service Dann essen wir natürlich Wir essen jetzt mal voll den fetten Burger Mal sehen was der auffüllt Ne, die Musik ist voll relaxed Welcher Job Welchen meinst du Job Welchen Job meinst du Text? Aber trinken wir mal noch einen Kaffee Abends um 22 Uhr trinken wir noch einen Kaffee Und holen uns jetzt ein neues Spiel Wir müssen ja aktuell bleiben Up to date Halt, Spiel wollte ich nicht, Konsole So, was ist denn richtig angesagt? Tatsächlich Fußball Ja, na dann Haufen PC ist schon wieder im Arsch Reparieren Jetzt macht das selber komischerweise Vor allem ist der unfreundlich, Alter Neu Spiel ist da Der beste Moment, wenn ein neues Spiel da ist Hey, wir wollen an den PC Gameplay aufnehmen Und zwar vom neuen Spiel Madness NFL Ja, wir machen mal ein Gameplay Nein, es gibt beim Spiel keine Punica zu kaufen Aber eine Cola Ich bin mal gespannt, wie es ankommt Dieses wundertolle, wundervolle Game Wir machen mal eine tanzende Begrüßung Interaktiver Ladebildschirm Dann machen wir mal einen lustigen Kommentar Gleich mal Punkt abgezogen Ja, die wollen einen Singenden Du hast einen Easter Egg gefunden Beim Fußball einen Easter Egg finden Nicht schlecht Dann machen wir einen philosophischen Kostet wieder tausend von Punkte Aber Ah, da können wir wieder beim letzten nichts auswählen Ja, doch, komm Können wir Und jetzt noch drei Punkte Ja, können wir Okay, Interaktion brauchen wir auf jeden Fall Was? Ich denke, du kannst leichte Sachen selbst reparieren Und schwere eben nur der Mechaniker Deswegen denke ich, gibt es eine Ah, okay Na, ich hab doch schon den zweiten Kurs fast fertig Okay, wir müssen mal gucken Das passt zusammen Nochmal unten Und dann hört es schon wieder auf Achso, weil es da gar nicht passt Ich verstehe, ich verstehe Fehler gefunden Hier passt es super Okay, wir brauchen auf jeden Fall Interaktion Und eigentlich noch Hä, wir haben noch zehn Ränder pro Achso, der kostet mich zehn Ja, lade hoch das Ding Ja, wir brauchen nochmal Dann Und dann